Diamanten, meine Freunde, Diamanten. Oh, so viele Diamanten. Diamanten, die mich glücklich und froh machen. Diamanten sind geil. Das sind echt viele, Leute. Hey, und wie auch jetzt? Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Clash zusammen mit Palutin. Hallo! Oh, Drehweh. Ich sterb gerade nicht nur in-game. Ich habe mich an meinem Wasser verschluckt, was ich trinken wollte, weil ich mich verschluckt habe. Das ist einfach Karma. Superoptimal. Das Leben hasst mich. Ach, komm. Wollte ich auch schlafen, weil ich bin gerade der einzige im Bett und ich fühle mich so alleine im Bett. Das Ding ist halt, dass du halt dann wieder... Nein, Palle, jetzt überleg doch mal. Wenn du jetzt schlafen gehst, dann ist es der Tag. Was wird er dann machen? Richtig weit angreifen. Also werden wir ihn schlafen lassen. Nein, werden wir nicht. Okay. Mann! Wieso? Warte doch. Ah, er hat geschlagen. Ach Gott, ihr steckt doch wieder unter. Oh, Paluten! Jetzt gehe ich zu Revy und töte ihn. Ah, Dena, dann rasiere ich dir den Kopf. Oh, so, dann schauen wir doch mal. Ach, komm, mach doch mal. Ja, morgen ist dann schon wieder, ne, Clash. Morgen ist Clash. Morgen muss getötet werden, sozusagen. Ich töte morgen gar keinen. Oh, snappy, snap. Hä, wisst ihr was, Revy und ich haben auch... Ne, wir haben keinen Spawnschutz. Beim Minecraft Trophy Battle bekommt man, äh, beim, ähm, Clash Trophy Battle bekommt man ja keine. Das wäre Schwachsinn. Ja, das wäre schon auch so, Mama hat ja auch nichts verloren an Sachen. Ah, warte, okay. Sonst könnte jetzt niemand angreifen. Ich habe meine Jungfräulichkeit verloren an euch beide. Das war schön. Hä? So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier, bevor es zu Ihnen ziehen wird, mal schnell einen Cut und ich warte jetzt einfach, bis irgendeiner von euch beiden kommt und mich in der Base Rack. Du machst einen Cut? Ich mache einen Kack. Achso, einen Kack machst du. Zack. Alles klar. Okay, okay. Ich gehe jetzt auf jeden Fall weg von euch. Lasst mich in Ruhe. Bis später. Tschüss. Tschüss. Opfer, ich hasse die zwei so. So, herzlich willkommen, Freunde, jetzt kann ich endlich ungestört reden. Äh, warum redest du das? Das ist die richtige Opfer. Oh. Ja, wie gesagt, das sind halt richtige Opfer, die beiden, und ich hasse die halt voll. Und das sind voll die Hundesöhne, weil die haben mich nämlich getötet in Minecraft und jetzt sind wir auch keine Freunde mehr. Ähm, so ungefähr werden wahrscheinlich die Kommentare ausgesehen haben. Ich raste bei TeamSpeak. Ey, Leute, ich glaube das nicht, ne? Funktioniert nach wie vor immer noch nicht. Das ist eine Scheiße. So, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir jetzt jeden Moment gleich weggerotzt werden, aber es ist mir dann in dem Fall tatsächlich wirklich relativ egal. Ähm, ja, was soll ich sagen, meine Eisenrüstung, die packe ich jetzt einfach auch mal hier rein. Ich gebe da jetzt echt einen Fick drauf, Leute. Wisst ihr, ich nehme jetzt hier mein blödes Schwert mit runter, aber wenn ich dann halt weggerotzt werde, dann ist es halt so. Ich möchte jetzt nur ganz in Ruhe meine Sachen hier farben und werde wahrscheinlich auch erstmal für das Trophy Battle mich nicht großartig vorbereiten. Ähm, das Projekt läuft nicht ganz so, wie ich geplant hatte. Irgendwie ist Pallas Skill doch ganz schön hoch und Denas Glück irgendwie sehr, sehr signifikant in diesem Projekt. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Ich habe da irgendwie nicht so das Lack im Moment. Bei mir läuft es eigentlich relativ bescheiden, wenn ich so ehrlich bin. Aber, ähm, das kann sich ja natürlich immer noch ändern. Das ist ja keine dauerhafte Sache. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, erstmal warten, bis einer von den beiden ist. Ich denke mal, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Denas sich jetzt bei mir, äh, auf den Weg in die Base macht. Ich glaube einfach nicht, dass er sich für so dieses Clash-Ding überhaupt irgendwie großartig ausrüsten wird. Keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Ich habe schon, ähm, überlegt, es zu tun. Habe mir auch schon eine Waffe angeguckt, die relativ geil wäre. Das Ding ist, die kostet wieder sehr viele Rohstoffe. Und wenn ich dann wieder mit einer One-Hit-Sniper weggerottet werde, habe ich da relativ wenig Bock drauf. Verständlicherweise. Deshalb werde ich das jetzt erstmal ein wenig zurückschalten. Übrigens war das jetzt kein Hate an irgendwen oder eine Kritik. Nein, ich habe ja auch diese Sniper. Aber ich gehe halt mit meinen Rohstoffen eher farm und vorsichtiger um. Und bin halt einfach der Meinung, dass man da auch irgendwie Anlass mit haushalten sollte, ne. Deshalb Eisen haben wir nicht so viel. Deshalb werde ich jetzt erstmal Folgendes machen, Freunde. Ich werde wahrscheinlich jetzt komplett gegen jeglichen Sinn, wirklich gegen jeglichen Sinn, äh, gegen jegliche Logik wahrscheinlich sogar auch, ähm, etwas bauen. Und zwar werde ich mir nämlich jetzt, äh, tatsächlich Terminal Expansion Sachen bauen. Denn dann kann ich nämlich meine Sachen damit verdoppeln. Und hoffe, dass ich damit irgendwann mal die Möglichkeit erhalte. Einen von diesen beiden Idioten. Geil-O-Matico, Diamanten. Das ist sehr schön. Diamanten, meine Freunde. Diamanten. Oh, so viele Diamanten. Diamanten, die mich glücklich und froh machen. Diamanten sind geil. Das sind echt viele, Leute. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt genau in dem Moment, wahrscheinlich kommt gleich genau in dem Moment jemand in meine Base. Ich höre wahrscheinlich schon gleich was Auto. Und dann steht der da und tötet mich. Und dann nimmt er meine Diamanten weg. Und das war's dann. Relativ wahrscheinlich, dass das passiert. Und, ähm, dann raste ich komplett aus. Weil ich jetzt so viele Sachen hier gefunden hab, ähm, ja, keine Ahnung, kann ich es mir relativ gut vorstellen. Deshalb höre ich jetzt auch auf zu farmen. Und, ähm, bevor ich jetzt meiner Prophezeiung folge, bringe ich jetzt erstmal alle Sachen nach oben. Weil ich da jetzt echt gar keinen Bock drauf habe. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass das jetzt gleich passieren wird. Dass jeden Moment jemand auf die Tür kommt und mir dann meine Sachen klaut. Und sechs Diamanten und sehr viel Eisen wären dann, äh, verloren. Das habe ich, äh, würde ich liebend gern verhindern. Auf jeden Fall die Diamanten schon mal wegpacken. Ähm, Eisen haben wir unten noch, wie gesagt, genug. Redstone habe ich ja, glaube ich, oben auch. Und ich werde mir jetzt tatsächlich erstmal, wie gesagt, Sachen bauen aus Terminal Expansion, damit ich einfach meine ITV verdoppeln kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt klug oder nicht klug ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, bin aber der Meinung, dass das vielleicht doch gar keine schlechte Strategie ist, ähm, sich da irgendwie damit ein wenig hochzuleveln. Gut, wir packen erstmal alles hier rein, was wir uns nehmen könnten, ne, damit er, damit er überhaupt nichts zu holen hat. So, und dann schauen wir mal, wie wir einen, ähm, Steam Generator bauen, Freunde. Das ist nämlich das Erste, was wir bauen, das ist nämlich ein Steam Generator. Copper brauchen wir, Copper, Copper, Copper. Haben wir Copper? Natürlich haben wir kein Copper. Äh, haben wir Copper? Haben wir Copper? Copper, 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 nee. Copper, Copper. Haben wir nichts. Sehr gut, das ist blöde. Das heißt, wir brauchen erstmal Kupfer. Ähm, wie lang hält die noch? Die hält noch... Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, hab ich denn hier noch irgendwo eventuell Eisen, was ich nutzen könnte dafür. Das Ding ist ja, man braucht ja auch mal für solche Sachen wieder Eisen. Ja, keine Ahnung, äh, kein Scheiß. Ich werde mich halt für das Trophy Battle jetzt erstmal abführen. Gleich jetzt erstmal nicht großartig ausrüst. Ich weiß, dass es wahrscheinlich genau das ist, was ihr nicht sehen wollt. Aber vertraut mir, dass ich jetzt einfach mal komplett umdenken werde. Und, ähm, das ganze Verhältnis, versuche ich jetzt irgendwie von hinten aufzurollen. Äh, weil ich der Meinung bin, dass es so, wie es im Moment läuft, echt scheiße läuft. Und, äh, ich da tatsächlich gerne etwas dran ändern würde. Auch wenn ihr mir das nicht glauben wollt. So. Wir gehen jetzt nochmal runter, gucken, ob wir da eventuell noch was finden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das Eisen jetzt überhaupt schmelzen sollte oder nicht. Das ist jetzt halt auch eine Frage. Schmelzt das Eisen oder nicht? Ähm, das ist eine sehr berechtigte Frage sogar. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, das zu schmelzen. Weil ich weiß halt nicht, wiefern sich ein Mace Raider hier, äh, sinnvoll einbringen lässt. Keine Ahnung, um das Eisen zu verdoppeln. Ich muss es mir tatsächlich überlegen. Muss ich ganz einfach mal hochrechnen, irgendwie, ob das sinnvoll ist. Und wenn ich jetzt noch nach Copper suche in der Zeit, äh, hätte ich auch Eisen farmen können. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, muss man tatsächlich da mal gucken. Glaube aber, dass es jetzt doch relativ klug wäre, das eventuell mal so zu verfolgen, diesen Plan. Ähm, dann gucken wir mal hier, ob wir hier irgendwo noch vielleicht Copper oder sowas, äh, haben liegen lassen. Äh, ich könnte natürlich auch schon hingehen und direkt einen kleinen Kernreaktor bauen. Dafür brauche ich ja, warte mal, das ist ja glaube ich gar nicht mal so, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, Big Reaktors. Und da brauche ich erstmal den Reaktor-Controller. Das ist Gold, Diamant, Reaktor-Chasing, Yellow Redium. Und das muss ich halt, das kriege ich wie hin? Ähm, Smelting. Na gut, das kriege ich geschmolzen. Ähm, vielleicht wäre es sogar sinnvoll, wenn ich tatsächlich erstmal das Copper außen vor lasse, weil das ist ja doch sehr viel eher für mich zu verwirklichen. Grafit war, Stil. Und Stil besteht aus, ähm, was war das gerade für ein Geräusch? Ach Gott. Ich merke da jetzt schon wieder, ich sehe das faul im Busch. Reaktor-Assessport, brauche ich den Reaktor-Chasing? Da brauche ich Stil für den. Und Stil kriege ich wie? Shapeless Crafting, hallo. Stil. Ich mache hier eben irgendwie. Block of Stil. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt wieder blöd, dass ich dafür Stahl brauche. Ähm, müssen wir mal jetzt gucken. Stil. Stil, Stil, Stil. Railcraft, Stil mache ich wie? Durch normales Eisen und Pulverized Coal im Induction Smelter. Das heißt, ich brauche eh erstmal einen Steam Generator, um dann Stil zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das das Tinkers Construct Stil, das kriege ich tatsächlich nur durch. Gut, aber die sind ja, die sind ja, die sind ja austauschbar. Ähm, gut, dann muss ich tatsächlich erstmal Copper finden. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal danach suchen. Ähm, ist jetzt vielleicht ein wenig blöde von mir, wie gesagt, aber ich versuche es jetzt einfach trotzdem mal. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ja mit dieser Taktik endlich mal Erfolg. Ich weiß nicht, gegönnt sei es mir auf jeden Fall mal, finde ich zumindest. Ähm, weil so wie es halt im Moment läuft, läuft es halt echt ziemlich bescheiden. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, wir müssen auf jeden Fall was ändern, Freunde. So ist es auf jeden Fall. Wir können so nicht weitermachen, beziehungsweise will ich nicht so weitermachen. Und, ähm, ich denke mal, dass wir da eventuell sogar auf einem ganz guten Weg sind. Mal gucken, äh, wie wir das jetzt genau angehen werden. Ich hoffe mal, dass ich in dieser Folge endlich in Ruhe gelassen werde. Das wäre auf jeden Fall schön zu wissen, dass mir hier keiner auf den Sack geht. Großartig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich das Glück, finde Kupfer, wenn nicht, dann ist es natürlich ziemlich beschissen. Aber Eisen finde ich gerade auch sehr viel. Ach, Freunde, 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 das ist natürlich jetzt wieder die Frage, macht man es oder macht man es nicht? So viel Eisen, wie wir jetzt haben, brauchen wir jetzt eigentlich auch wieder nicht, ne? Das ist halt das Ding. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir das doch erstmal hinten anstellen und uns anderen Dingen widmen. Hm, weil ich habe jetzt halt schon wieder einen halben Stack Eisen. Ich habe oben nochmal ganz viel. Ich habe jetzt guten Stack Eisen. Und Gold habe ich halt auch recht viel. Releuridium habe ich halt auch ziemlich viel. Das kann ich halt alles in Energie umwandeln. Andererseits, ähm, brauche ich das ja im Moment gar nicht. Ich muss tatsächlich mal überlegen. Ich weiß noch nicht genau, Freunde, keine Ahnung. Gold finde ich hier echt an Masse. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Gold? Kann ich da was irgendwas cooles bauen? Außer eine goldene Desert Eagle. Eine goldene Desert Eagle, die könnte ich mir tatsächlich noch gleich bauen. Dann habe ich wenigstens eine Waffe. Das schaffe ich auch gleich noch, weil so viel Gold, wie ich habe, ähm, werde ich das wahrscheinlich eh für nichts anderes verwenden können. Von daher, eine goldene Desert Eagle, das wäre nochmal eine Option, Freunde. Da können wir uns damit noch eine schöne Prestigewaffe machen. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir geile Freunde. Da haben wir Lava. Ist stark. Kann man machen. Mal ganz kurz gucken, was da drüber sich befindet. Vielleicht haben wir ja irgendwie ein wenig Glück. Gucken wir mal, was hier so ist. Ist hier einfach nur ein riesiger Lava-Pond? Ich weiß es gar nicht. Kann ich nicht aus Lava auch Energie machen? Ging das nicht auch irgendwie? Mit einem Lava-Generator? Wie ist der dann zu machen? Das Ding ist halt, ich habe keinen Copper. Das ist halt irgendwie das Ding. Hier gibt es doch einen Lava-Generator von Extra Utilities. Ja gut, den baue ich aus. Ja, alles klar. Okay. Alles gescheit, Freunde. Auf jeden Fall schon mal unreachable for us. Ja, wird jetzt auf jeden Fall erstmal eine relativ simple Farming-Folge. Ich werde mir trotzdem halt eine goldene Desert Eagle bauen. Einfach für den Swag und für den Style. Und weil es geil ist. Ich buddle mich hier auch echt komplett random, als wie ihr seht rum. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie einen großen Plan. Es funktioniert aber bis jetzt ganz gut. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau, wie wir weitermachen sollen. Das ist halt das Ding. Ich habe auf jeden Fall einfach nur ein Gefühl, dass mich jetzt gleich irgendwie wieder jemand angreifen wird. Und deshalb werde ich vielleicht mit dem Matzeisen draufgehen. Was ziemlich schade wäre tatsächlich. Was wirklich sehr, sehr schade wäre. Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass hier schon irgendwie Dehner oder sowas unten in meiner Base rumsneakt. Dann ist es halt so, ne? Was soll ich machen? Dann ist es halt so. Dann hat er da auf jeden Fall well played. Aber gut. Keine Ahnung. Belassen wir es halt einfach dabei. Alles andere würde jetzt auch keinen Sinn machen. Ich lege hier gerade ganz richtige Scheiße, wie ihr das vielleicht merkt. Weil ich mich jetzt großartig gar nicht auf ein Thema vorbereitet habe. Ich muss aber nach wie vor sagen, dass wir einfach Unmengel an Gold finden. Und ich halt überhaupt nicht weiß, wohin mit dem ganzen Gold, ne? Heloridium und Gold finden wir unten nass. Aber Eisen halt natürlich noch dazu. Allein hier Ilf Gold, das braucht doch kein Mensch. Aber sonst halt das, was wir brauchen, nämlich Copper oder mal Diamant oder sowas. Ne, nada, gar nichts. Ist ein bisschen blöd. Hier haben wir nochmal Ruby. Da können wir auf jeden Fall zur Not uns gleich nochmal ein Schwert draus machen, dass es nicht verkehrt. Dann machen wir mal so ein Schwert und diese goldene Desert Eagle. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir damit überhaupt irgendwas reißen werden. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben, in der Hoffnung, dass ich da nicht irgendwie weggerottet werde. Was leider dann doch relativ wahrscheinlich ist, dass hier gleich einfach irgendwer um die Ecke sneakt. Sehe ich ja dann, wie gesagt. Ich hoffe es einfach nicht, Freunde. Ich hoffe es jetzt für uns und ich hoffe es jetzt auch der Fairness gegenüber einfach nicht für die anderen. Weil ich sonst halt einfach wirklich down bin. Und da habe ich halt relativ wenig bis gar kein Interesse dran. Um ehrlich zu sein. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie es hier wieder hoch geht. Weil ich irgendwie mich hier so verhunzt reingebuddelt habe, dass ich erstmal schauen muss, wie es hier überhaupt weitergeht. So, okay. Gucken, ist da oben jemand. Bis jetzt, bis dato nicht. Könnte mir aber halt echt vorstellen, dass da oben jetzt jemand auf mich wartet. Aber gut. Dann ist das so. Dann kassieren wir halt halt die Schelle und dann ist das das, was wir quasi zu erwarten haben. Dann müssen wir uns der ganzen Sache stellen. Und ja, was soll ich sagen. Dann müssen wir halt damit leben. Oder auch nicht leben, weil wir dann tot sind. Auch gut. Super Sprichwort hier. Motivationsmäßig bin ich auf jeden Fall echt gerade on peak, mein Freund. Ich bin gerade... Motivation ist on fleek. So viel kann ich euch hier auf jeden Fall sagen. So. Dann gehen wir mal nach oben und schauen mal, dass wir vielleicht noch die goldene Waffe hinbekommen. Irgendwie. Das wäre ziemlich cool. Mit einer Eisenrüstung sollte es ja eigentlich nicht all so schlecht laufen. Ich denke mal, dass ich da mit zwei Hits trotzdem weggerotzt werden würde. Aber nicht desto trotz... Eisen haben wir jetzt echt schon sehr viel. Wir haben überall Stack Eisen jetzt. Das ist schon mal ziemlich cool. Dann gehe ich nochmal ganz auf den hohen Stack. Diaz wäre natürlich jetzt auch geilo. Haben wir leider nicht. Ich gucke mal ganz auf, was wir hier oben noch so haben. An Geschichten. Ich gucke mal vor allem, dass hier keiner irgendwie rumsneekt von den beiden Schlawinskis, weil ich mir das halt echt... Bei den beiden... Weiß ich nicht. Bei den beiden, da ist es halt einfach so. Da bin ich mir... Danke. Danke. Hallo. Wieso kamen jetzt hier keine Crops raus? Ist auch geil. Der erneut mal sein Feld. Es kommt aber gar nichts dabei rum. Auf jeden Fall. Da lohnt es sich auch hinter Landwirt zu sein, würde ich sagen. So, jetzt mal ganz kurz gucken, wie ich diese goldene Desert Eagle baue. Ich weiß, dass es wahrscheinlich eine totale Rohstoffverschwendung ist, aber ich sehe gerade in Gold keinen anderen Nutzen als im Eisen. Deshalb bauen wir uns die doch einfach mal. Zwölf Gold sollten wir ja schnell hinbekommen. Genügend Gold müssten wir ja eigentlich hier drin haben. Ja, seht ihr hier. Das ist einfach... Das ist einfach komplett overpowered. Ich weiß ja gar nicht... Vielleicht ist sie auch mega stark. Kann ja auch sein, dass es einfach die krasseste Waffe der Welt ist und die dann einfach irgendwie mit einem Schuss einfach sieben Milliarden Menschen tötet. Glaube ich zwar in dem Fall nicht, aber wer weiß. Kann ja passieren. Rubies haben wir jetzt wie viel? Wir haben vier Rubies. So, wir haben einen Rubies-Word mit acht Attack-Damage. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das wäre dann auch schon alles, was ich mitnehme. Ich glaube, ich werde mir halt meine Rüstung nochmal reparieren, wenn ich die hier reparieren kann für den Fall. Denk mal, ich werde einfach die kaputte Rüstung anziehen. So, und ja, ich glaube, falls ich dann getroffen werde von irgendwas, dann ist das halt so. Die kaputte Rüstung ist ja noch von Palle. Von dem her habe ich da nichts zu verlieren. Das ist ja quasi die Rüstung, die er mir damals gestohlen hat. So, Freunde, wir machen einen ganz guten zweiten Ofen hin und craften uns dann jetzt lustig fröhlich ein paar Items zusammen, sodass wir gemeinsam den anderen beiden... Meine Damen und Herren, sind wir nicht fertig? Ich meine noch nicht. Nee, wir haben ja noch nicht, wir haben nicht komplett right on time angefangen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch nicht. Aber wenn du der Meinung bist, dass wir jetzt enden sollten, dann tun wir es. Ja, so langsam. Also, wenn Sie das sagen, ja, bei Looten, dann machen wir es. Also, ich weiß es nicht. Haben wir denn jetzt noch die fünf Minuten Zeit zu Beginn der nächsten Folge? Haben wir noch fünf Minuten Vorbereitungszeit für den Clash. Und dann wird es in die Mitte gehen. Ansonsten war es das aber von der heutigen Folge von Minecraft Clash. Ich mute mich mal wieder vor meiner Absage. Okay, okay, mache ich ebenfalls. Genau, ich tue das auch mal, meine Freunde. Ja, ihr habt es gehört. Das war es von dieser Folge Minecraft Clash. Lasst auf jeden Fall 20 Milliarden Daumen hoch da, wenn ihr wollt, dass ich gewinne. Wäre auf jeden Fall geil. Wenn nicht, dann bin ich halt ein bisschen traurig und werde auch die ganze Zeit weinen. Kauft auf jeden Fall meine Lippenstifte. Die sind alle natürlich in der Beschreibung. Hält es mal Spaß, Leute, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Clash jetzt gleich. Ich werde auf jeden Fall haltlos untergehen. Aber hey, why not? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch. Da schaut bei den anderen beiden vorbei. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.